in os zum gruß und herzlich willkommen zurück zu let's play der is gone wir hatten beim letzten mal hier gut was in der kleinstadt einem vorort hier in farewell oregon geräumt vier von fünf nestern wurden erfolgreich verwüstet und das letzte blieb leider versteckt ich weiß nicht ganz genau wo es sein soll das konnte ich nicht herausfinden aber man könnte jetzt eventuell noch zu dem verfolgungsgebiet fahren allerdings machen wir jetzt erstmal die nächste story mission von sarah der frau von deacon saint john ja das ging schnell für den jeweiligen szenenwechsel ok dann hat es sogar eins mit dem anderen zu tun da kannst du einfach mal damit aufhören ich jage doch nur freaks bruder verstanden wegen dem kopf deshalb treibe ich mich da oben rum die user kennt dich schon lange genug ja das macht jetzt natürlich nicht besser vor allem nicht wenn man ungefähr weiß dass der nero helikopter gerade am abhauen ist ja und das nur weil er uns vom bike gehauen hat war jetzt mal eine frage an euch wie soll ich denn in der zeit wieder das bike aufrichten und weiterfahren da kannst du einfach mal damit aufhören ich jage doch nur freaks bruder verstanden wegen dem kopf geld deshalb treibe ich mich da oben rum das ist eine neue gegner art die uns hier vorgestellt wird die kinder dann kommt auch mal ein bisschen nach vorne oh gott sollte ich vielleicht aber auch mal tun abgeschüttelt immerhin warte warte die werden langsamer ich glaube die halten an ja aber sie landen nicht auch okay mmh verlaugte scheiße die 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 was ist da los verdammt der mist alles gut wirklich dass das waren wahrscheinlich nur waren schüsse sonst wäre ich ja schon tot weißt du noch als ich sagte dass du lebensmüde bist ja 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 ich schaff das schon dicken ende ja wir leben aber auch wirklich gefährlich aber sie haben ohne zu zögern das feuer eröffnet und das muss auch schon was verheißen die betäubung wird nicht doch tut sie sonst hätte das fichtige von längst im kopf gerissen doch beeil dich scheiße verdammt sie kommen ich bin nicht soweit was machst du denn das war's wir hauen ab los geht los ein nero funkgerät Wie weit sind wir jetzt eigentlich gefahren? Ja, ach, okay. Südlich von Crazy Willys. Ah ja. Was machen die Wann denn da? Bugs. Ja, kaum habe ich es erwähnt, hat er sich gerafft. Okay, aber es sind nicht gerade wenige da unten. Wo ist denn eigentlich mein Bike? Ich kann es ja nicht einfach mal so rufen, wie das Pferd in Tsushima. Kage. Oder Nobu. Also mit dem einen oder anderen würde ich mich mit meinem Beil ja noch anfreunden. Aber viel mehr dann auch schon fast nicht mehr. Es sei denn, sie reihen sich schön auf. Servus. Ja, es wäre auch zu schön gewesen. Uiuiui. Also auf jeden Fall. Oho. Verbesserte Nahkampf-Kommi wäre echt schon wirklich geil. Shit. Ey, das Beil ist ja schon gleich Geschichte. Ja, aber ich habe es ja noch gar nicht aufsammeln können. Ah, wie ist das? Hm. 4, 2 noch. Komm schon. Komm schon, Freunde, lass uns tanzen. Ja. Da war es nur noch ein One-We-One. Aber bevor wir das aufnehmen, schauen wir uns erstmal hier um. Ah ja. Toll. Du kommst mir nicht. Endlich, die Scheißkirle sind verdammt schnell. Wohl wahr. Genau. In etwa, Sarah. Nein, 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 ich weiß es doch nicht. Okay, er lebt, Boozer, er ist am Leben. O'Brien, das waren Nero's. Ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Verdammt. Okay. Ich kann schon bald wieder fahren. Ich helfe dir, Dick. Wenn er lebt, finden wir den Penner. Da hast du verdammt nochmal recht. Ich melde mich später nochmal. Liegen Ende. Okay, O'Brien. Wo zur Hölle steckst du? Wir werden, wir werden, ja okay, nachladen wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Achso, oh, nee, nee, die Mission soll nicht abgebrochen werden, jetzt nur deswegen. Okay, jetzt aber zurück zum Bike. Ja, optimistisch von Boozer. Mit seinem Arm. Nur was im Moment wichtiger ist, sind Antworten. Oder erstmal eine Rückblende. Das geht natürlich auch. Bevor man weiter geradeaus zielstrebig nach vorne prescht, mal kurzzeitig in Gesangten schwelgen, um überhaupt erstmal sich an bessere Zeiten zu erinnern. Schaden kann das definitiv nicht. Also steht oder stand ja das tatsächlich doch in Verbundenheit. Hey. Hey. Ich hab mich verfahren. Könntest du mir helfen? Wie bitte? Verfahren? Ja, ja, ich suche die Old Bellen Abroad und hier gibt's irgendwie keine Schilder. Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Was? Was ist denn, was? Na toll. Das ist echt super. Einfach toll. Wirklich super. Also, wie komm ich jetzt? Was? Sorry, ich weiß nicht, wo. Bell-Nark-Bell-Nag-Bell-Nie-Bell-Bell-Nab. Bell-Nab. Ja, das war's. Und ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Tut mir leid. Das heißt nein? Nein. Okay. Tja. Trotzdem danke. Hey. Okay. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Und danke, dass du endlich fragst. Ich bin Sarah. Ich bin Deacon. Oh. I'm sorry. War wohl schmutzig. Ich weiß nicht, wie steigt man... ...auf dieses Ding? Ganz einfach, schwing einfach dein Bein rüber. Okay. Also, rauf. Huh. Wow. Okay. Fertig. Hey! Hey! Gut festhalten. Vielen, vielen Dank. Ich will kurz sagen, ich habe nicht selbst gesteuert. Das hat das Spiel gerade automatisch für mich übernommen. Hey! Hey! Posi! Scheiße! Erschlöcher! Erschlöcher! Oh mein Gott! Bist du okay? Ja, nur... Himmel, das war knapp! Hey! Bist du wirklich okay? Mir geht's gut, es ist nur... Oh mein Gott! Hey! Hey! Ich habe Handyempfang! Hey! Ja, mir geht's gut, aber... Ihr Auto? Ist echt eine Dreckskarre! Sie müssen mich abschleppen! Ich bin, ähm... Keine Ahnung, auf der... Keine Ahnung wo... Road 42! Ja, etwa eine Meile rauf! Ja, bis gleich! Komm, ich bring dich zurück zum Auto, wir warten auf den Abschnittdienst! Äh... Ich weiß nicht! Okay, na schön, wenn die Typen zurückkommen, dann nehmen die dich sicher gerne mit! Okay, na gut! Alles klar, ich muss nur... Puh, einen Moment! Puh... Puh... Die werden gleich hier sein, also... Okay, okay, scheiß drauf, los geht's! Aber fahr dieses Mal vorsichtiger, ja? Du hattest dich nicht wirklich verirrt, oder? Naja, das kommt darauf an, wen du fragst! Meine Ex würde sagen, ich weiß nie wo's lang geht! Na, hier kennst du dich jedenfalls gut aus! Du bist also nicht von hier, ha? Nein, ich komme aus Seattle! Die Firma, für die ich arbeite, hat hier gerade... ein Labor eröffnet! Also bin ich hergezogen! Mitten ins Niemandsland! Um Pflanzen zu studieren! Genau! Stimmt! Das habe ich schon erzählt! Ähm, also... Die Firma, für die ich arbeite, sie... Sie arbeiten für diese... Biotechnik-Unternehmen und... Einige der Pflanzen, die... die ich untersuche, die sind ziemlich selten! Und sie wachsen hier! Das ist das Beste, was ich je gehört hab! Oh, was zum Teufel! Cleet! Wir kriegen Besuch! Alles klar, die Herren! Oh, shit! Ah! Der Einstand war... Alles andere... Ey! Alles andere als gut! Kann ich überhaupt kontern? Oder abblocken? Drei gegen eins ist aber auch echt beschissen! Was haben wir denn hier? Ein böser Biker, was? Ja! Ja, gib ihm noch eine! Ja! Wie gefällt dir das Biker bei? Los, weiter! Schlag zu! Bist doch nicht so hart, weiß! Lucky! Wann lernst du es endlich weiter bei? Oh, ja! Ja! Dem zeigen wir es! Dem zeigen wir es! Ja! Wie gefällt dir das? Ja! Scheiße! Scheiße! Moment! 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 Pass auf mich! Gib Gas! Los! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey! Tut mir leid! Nein, nein, nein! Das Ding war in deiner Tasche! Nein, das ist schon gut! Ich hab's gesehen und... Oh mein Gott! Ich hätte jemanden töten können! Na ja! Oh Scheiße! Ja! Aber da müsstest du erstmal auf jemanden ziehen! Das hab ich noch nie gemacht! Hey! Hey! Schon okay! Schon okay! Sie sind weg! Ich wollte die Polizei rufen, aber ich hatte keinen Empfang! Du und ich! Ich warte hier mit dir, bis dein Typ kommt! Okay! Danke! Sowas hab ich noch nie gemacht! Kannst du glauben? Ja! Ich würde mal sagen, wir müssten uns in der Vergangenheitsform für Sarah bedanken! Tatsächlich dieses... Also dieses Match... Ohne Kontern... Nope! Könnt ihr euch vorstellen, mit... Regeln an der Hand, dann auch noch Leute zu boxen? Das muss doch selber schmerzen an den Händen! Aber trotzdem! Schön zu sehen, wie deren erste Begegnung abgelaufen ist! Es hätte deutlich schlimmer ablaufen können! Vor allem auch dezent cringiger! Aber... Fürs erste Aufeinandertreffen... Immerhin! Vor allem, was ich an seiner Harley Davidson so gut gefunden habe... Hot Springs Camp! Bist du da? Ich brauche mehr Informationen über Larsens Überlebende! In Marion Fox! Deacon! Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß! Jung! Weiblich! Äh... Warte! Er hat Hungry Gyms erwähnt! Das alte Pfannkuchencafé an der Ostenrecke! Holzfelderfigur! Stapel Pfannkuchen! Kenne ich! Okay! Da fange ich an! Mach das! Und denk dran! Bring sie mir! Ein paar Drifter kamen hier durch und haben ein paar Waffen mit uns getauscht! Vielleicht ist was für dich dabei! Ich werd dran denken! Wie gegen Ende! Jetzt also... Kommt überhaupt erst diese Missionen, die ich... Schon vor längerer Zeit mal erwähnte... Ähm... Ja... Es ist gut zu wissen! Ja... Schnellweise nicht verfügbar ist mir klar! Gut! Also müssen wir dahin! Die Mission... Äh... Du bist jetzt in Sicherheit! Durchsuche... Marion Fawkes! So heißt das Örtchen! Nach der gesichteten Überlebenden! Ich hab eine Frage an mich selbst! Puh... 56%! Hier ist halt nur die Frage... Schaffen wir das mit dem Tank noch dahin? Ja doch... Müssten wir eigentlich, ne? 800 Meter! Wir geben unser Bestes! Ein Vagabund! Ihr Bastard haben also all die Versorgungstrucks in der Nähe überfallen! Stimmt's? Aber das muss... In der jetzigen Situationslage erst einmal warten! Mh... Da haben auch ein paar Leute gerade abgehangen! Ach, war das nicht sogar das Teilstück? Tja! Das war noch das, was wir ja gesehen hatten! Außer Rückblende! Hier ungefähr statt das Auto! Das sah für einen kleinen Moment aus wie so... Das sah gerade für einen Moment so ein bisschen aus wie die Sequenz bei König der Löwen. Wo die ganzen Gnuherde in Abhang runtergelaufen kam. Also in natürlich... Mini-Format. Aber dann doch schon sehr vertraut. Ah, stimmt ja! Ich muss das infizierte Gebiet noch raushäuchern. Dann kann ich an der jetzigen Stelle... Genau, ich habe ja keine Nackernpfe mehr am Mann. Dann wird es jetzt mal Zeit für die Feuerwehr-Axt. Weil die lag ja hier noch in der Scheune. Zwei Stück sogar. Eine oben und eine hier unten. Äh, hier. Den hat man ja kaum gesehen. Durch das ganze Stroh. Aber wer weiß, vielleicht wird diese Maschine auch eines Tages... ...zu einem vernünftigen, ordnungsgemäßen Drifter-Bike. Oh. Junge, das war knapp. Okay. Hat er mal eine Runde gedreht. Kam er jetzt von der anderen Seite ran gefahren. Okay. Wo versteckst du dich? Du musst hier irgendwo sein. Wasser braucht man immer. Vielleicht... ...unten am Bach. Wäre ein guter Ansatz. Ich finde das hier ein bisschen grundsätzlich von der Spiel-Thematik her finde ich ein bisschen... Er hat es übertrieben. In den Batman-Arkham-Games gab es ja sowas auch mit der Detektiv-Ansicht. Aber... ...als Fährtenleser... ...okay. Ne. Aufgrund der... ...rationalen Überlegungen, dass man Wasser immer braucht. Es ist ja ein überlebenswichtiges Mittel. Und... ...die Fußspuren vielleicht deuten kann. Ja. Möglich. Nur das halt mit der Sicht, wie die Person dann tatsächlich genau so agiert hat. Ist für mich ein Ticken zu viel. Das wäre hier das naheliegendste Gebäude. Wo man sich verstecken könnte. Aber es ist auch gleichzeitig gesehen zu offen. Ach, die Fußspuren gehen hier sogar durch. Guck mal an. Verdammt, der Ripper von euch kommt hier keiner lebend raus! Ich... Verbände. Du kannst im Kampf sehr viel Schaden nehmen. Ja, habe ich schon gemerkt. Geh in Deckung, um Verbände und Medikids einzusetzen. Jo. Das... Ich weiß nicht, warum das jetzt nochmal eingestreut wird. Als Hinweis. Das sollte mittlerweile für den Spielfortschritt, der schon erzielt worden ist, bekannt sein. Aber... Ich nehme es trotzdem gerne mit. Soll ja nicht in Vergessenheit geraten. Keineswegs. Nur... Für diese Aufnahme... Der Timer hat es schon gesagt. Die Zeit ist um. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Let's play. Days... Gone. Aufnahme. Aufnahme.